Hallo ihr Lieben, heute wieder von der Hölderlinstraße. Wir haben noch was vorbereitet. Hallo Lisa, hallo Maria. Hallo. So, wir vermissen euch ganz doll. Und damit ihr das auch seht, haben wir ein großes Plakat aufgehängt. Und wir haben uns überlegt, dass ihr auch selber Bilder malen könnt. Wenn ihr die in eine Folie steckt oder einlaminiert, dann könnt ihr das hier mit an den Zaun hängen. Und wir haben noch was anderes, was ihr mit an den Zaun bringen könnt. Wir haben hier Tierchen gebastelt. Die Maria hat mit den Kindern schon angefangen, mit Wäscheklammern. Und ihr könnt es zu Hause nachbauen und könnt die uns in die Kita bringen und könnt die mit an den Zaun klemmen. Frühlingstiere, Krabbeltiere, das was euch einfällt. Und dann wollte ich euch noch unseren Traumzauberbaum zeigen. Der wächst nämlich auch schon. Danke Maria. So, hier oben hängen jetzt schon die ersten Blätter. Also, wenn ihr Traumzauberblätter habt, dann könnt ihr die gerne vorbeibringen, einlaminiert oder uneinlaminiert. Wir machen das, wir helfen euch. Und dann können wir die an unseren Traumzauberbaum hängen. Viele Grüße von der Hölderlinstraße. Wir machen das, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Untertitelung. BR 2018